herzlich willkommen zur weiteren aufnahme aus der karte von thüringen wir machen auch nur die restarbeiten nach das heißt immer lassen dann starten wir klappen hinaus und knallen die rest noch mit erste cross player mal nöschen hier nur stellband ja mal entsprechend nacharbeiten dann nehmen wir den Blöden Holz herkaufen in den Wald, die können wir frei kriegen Und dann nehmen wir mal schauen wahrscheinlich, wir haben ein paar Bäume pflanzen. Aber das dauert ja ein gutes Stück Zeit, bis das wieder wächst. Und wir haben ja noch Bäume zu liegen. Na, wo wir noch zocken können. Und hier wird noch ein Baum fallen. Weil einer, der steht hier noch immer am Weg. Die kleine Birke. Mal nehmen wir als Ganzes und dann schieben wir uns weg. Hier fahren wir aber nach Marzo. So, prachtel zu machen. So, jetzt haben wir hier genau gearbeitet. Dann haben wir noch drei gute Arbeiten. Jetzt fahren wir erstmal alles abhängen. Und wir ziehen dann unsere Spuren nach. So, jetzt probieren wir lieber Gras machen. Weil, jetzt werden wir das auch nicht auf Dauer. Das heißt, Gras. Gras. Probierocken, hier gucken. Die erste. Das geht nicht. So nicht. Entladen. Entladen. Entladen ist gut. Doch. Zit. Entladen wir hier! Du bist gut. Du bist gut. Alles gut, bitte. Du bist gut! Du bist gut. So, das geht jetzt. Oh, das geht nicht! Auf, die Worte nicht mehr! Ja, wollen wir die Ecken mit Gras noch arbeiten, weil beim nächsten Mal einen säen ist das sowieso. Ach. Wollen wir hier Gras rein. Weil ich meckere, da wird jemand anderes. Muss ich meckern, ey. Neue, wer ist die Kontrolle? Neue, wer ist die Kontrolle? Neue, wer ist die Kontrolle? Ja, mal drüber. Hauptsache, am nächsten ist die Anfrage. So, die Ecke noch gleich. Das ist erledig. Guck mal die Ecke. Jetzt fahren wir noch nie. Schauen wir noch in die reine Ecke. Nur noch zwei Ecken zu machen. Vollgas, Junge. Vollgas. Vollgas. Bis zum nächsten Mal. Ja, ichahe. Ichahe. Habs das erste Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich werde mal noch vormachen. Ich werde noch nicht so besser aussehen. Jetzt ist es ein bisschen ungünstig. Ich habe mir schon gesagt, es kommt wahrscheinlich eine andere Karte, dass diese Karte eine neue Erweiterung bekommt. Und praktisch mit der jetzigen Karte im Prinzip, hier bekommt Veränderung, ob man praktisch einen neuen Spielstand anfangen muss. Dann ist es mir sowieso egal. Oh, das weiß ich nicht. Das kann Mai werden. Das kann Juli werden. Der Zeitraum war nicht bekannt. Da machen wir so weiter, als wenn es hier morgen nichts Neues kommt. Kann sein. Dann kann es. Okay. So Karten müssen wir machen. Es gehört viel Arbeitsabonnation. Alle Fehler zu vermeiden. Alle Prüfe. So, dann haben wir die Ecken endlich fertig. Gut. Gut zusammen. Dann haben wir uns noch auf. Wir wärmen uns ein, den Fendt nebeneinander oder den Neutz und holen wir uns die Fräse. Dann stellen wir uns hier oben hin. Da gehört es keinen. Lkw. Ja genau, nehmen wir den. Das ist gerade frei. Alles schön gewaschen, ne? So ein Neutz. Hat gewicht ja noch nicht, also holen wir uns gleich. Wir fahren jetzt zum Ende. Und dann schauen wir mal, ob wir den Geld kriegen. Ja, speichern richtig. Ich hab noch nie jetzt. Bevor die wegmachen. Dreie Tasten zu spät. Sie verkehren. Ich bin aber drin, so wieder. So, da kann er wachsen, ne? Wenn die Felder mal uns gehören. Und wir, hier rein. Sieht schon anders aus. Ich bin gestern zu lang. Oh, ich muss morgen noch ein bisschen aufklicken, aber... Gibt es da vom Ammo? Oh, der wird doch mal ab, keine Ahnung. In der Kampagne zeige, die Kampagne ist schlecht. Das ist die Aufgabe. 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 Kann sein. Möglich. Das habe ich damals noch besorgt. Hier zum Beispiel. 4000 gut das war nicht das thema das war forstmaschinen namen darin sein wie gewählt so come okay, come we are hitting on bone go to the the tower up there much such a thing oh machine das klinge 20 stück soll da muss ich mir mal das soll es vorher gewesen sein ob ihr mal holen muss ich hoffe es hat euch gefallen würde mich freuen über ein like soll ich auch über ein abo gerne sag mal danke ansonsten heute sieht man sich zur nächsten folge am nächsten tag